Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute ein weiteres wichtiges Literaturwerk an. Viel Spaß beim Video Goethes Faust 1. Das erste der beiden Teile seines berühmten Dramas erzählt die Geschichte von Heinrich Faust, einem Gelehrten, der mit seinem Leben unzufrieden ist und sich auf einen Pakt mit dem Teufel einlässt. Das Werk, das als eines der bedeutendsten der deutschen Literatur gilt, behandelt tiefgreifende Themen wie die menschliche Existenz, den Wissensdrang, den moralischen Konflikt und den Kampf zwischen Gut und Böse. Die Handlung beginnt mit der berühmten Szene im Prolog im Himmel, in der der Teufel Mephistopheles eine Wette mit Gott eingeht. Mephistopheles behauptet, er könne den Menschen Faust vom rechten Weg abbringen und ihn ins Verderben stürzen. Gott, der auf die letztliche Erlösung des Menschen vertraut, gestattet Mephistopheles, Faust zu versuchen. Damit wird der Rahmen für die folgende Handlung abgesteckt. In der ersten Szene des Dramas begegnet der Leser Faust in seinem Studierzimmer, wo er über seine Lebenssituation und seine Unzufriedenheit nachdenkt. Faust ist ein Mann, der an die Grenzen menschlichen Wissens gelangt ist. Er hat die Wissenschaften, die Philosophie und die Theologie durchdrungen, doch er ist dennoch nicht in der Lage, das wahre Wesen des Lebens zu begreifen. Diese Erkenntnis führt ihn zu einer tiefen existenziellen Krise. In einem Moment der Verzweiflung beschließt er, sich der Magie zuzuwenden, in der Hoffnung, durch übernatürliche Mittel Zugang zu höherem Wissen zu erlangen. Faust beschwört einen Erdgeist herauf, doch die Begegnung mit diesem übersteigt seine Kräfte und hinterlässt ihn in noch größerer Verzweiflung. Schließlich überlegt Faust, Selbstmord zu begehen, um seiner trostlosen Existenz zu entfliehen, wird aber von den österlichen Kirchenglocken davon abgehalten, die ihn an seine Kindheit und den Glauben erinnert. Die nächste zentrale Szene findet in Auerbachs Keller statt, einer Spelunke in Leipzig, in der Mephistopheles' Faust zu einem ausgelassenen Trinkgelage führt. Die Episode in Auerbachs Keller zeigt den Kontrast zwischen Fausts hoher Geistigkeit und den niedrigen Freuden des Lebens, die Mephistopheles ihm anbietet. Obwohl Faust das einfache Vergnügen der betrunkenen Studenten verabscheut, wird ihm klar, dass auch diese Form der Lust Teil des menschlichen Daseins ist, das er bislang vernachlässigt hat. In dieser Szene beginnt Faust allmählich, die Einflussnahme Mephistopheles zu spüren, der ihn weiter in die Welt der sinnlichen Freuden und Versuchungen zieht. Nach dieser Episode bringt Mephistopheles Faust in die Hexenküche, wo ihm ein Zaubertrank verabreicht wird, der ihn verjüngen und seine Leidenschaft wecken soll. Diese Szene hat symbolischen Charakter. Faust, der bisher nach dem Höchsten gestrebt hat, lässt sich nun auf niedere Mittel ein, um seine Wünsche zu erfüllen. Der Zaubertrank lässt ihn die Jugendlichkeit wiedererlangen und schärft sein Begehren nach körperlicher Lust, was den Grundstein für die nachfolgende Handlung legt. Nach dem Genuss des Zaubertranks erblickt Faust im weiteren Verlauf der Handlung zum ersten Mal Margarete, auch Gretchen genannt, und verliebt sich augenblicklich in sie. Gretchen ist das Inbild der Unschuld und Reinheit, eine fromme junge Frau, die in bescheidenen Verhältnissen lebt. Diese Begegnung setzt die Tragödie in Gang, da Faust, getrieben von seiner neu entfachten Leidenschaft, alles daran setzt, das junge Mädchen zu verführen. Mephistopheles hilft Faust bi seinem Vorhaben, indem er die Gelegenheiten schafft, die Faust braucht, um Gretchen näher zu kommen. Fausts Verführung Gretchens entwickelt sich über mehrere Szenen hinweg. Durch Mephistopheles Einfluss beginnt Gretchen, Faust zu verfallen, obwohl sie instinktiv spürt, dass er ihr Unglück bringen könnte. Eine Schlüsselszene ist der Dialog im Gartenhaus, wo Faust seine Liebe zu Gretchen gesteht und sie dazu drängt, ihm körperlich näher zu kommen. Gretchen, hin- und hergerissen zwischen ihrer Zuneigung zu Faust und ihrem moralischen Empfinden, gibt schließlich nach. Diese Verführung, die in ihrer Tragweite weit über eine einfache Liebesgeschichte hinausgeht, markiert den Beginn von Gretchens Fall. Die Folgen dieser Beziehung sind katastrophal. Faust und Mephistopheles bringen Gretchen dazu, ihrer Mutter ein Schlafmittel zu verabreichen, um ungestört die Nacht miteinander verbringen zu können. Doch das Mittel, das Mephistopheles beschafft hat, ist tödlich und Gretchens Mutter stirbt. Zudem wird Gretchen schwanger, was in der damaligen Gesellschaft einen Skandal darstellt und ihre Ehre sowie die ihres gesamten Umfelds ruiniert. Gretchen wird von allen, einschließlich ihrer Familie, verstoßen. Die Tragödie spitzt sich weiter zu, als Gretchen ihren neugeborenen Sohn aus Verzweiflung tötet und dafür ins Gefängnis geworfen wird. Parallel zu diesen Ereignissen versucht Gretchen, ihren Bruder Valentin zu schützen, der nach Hause zurückkehrt und erfährt, was geschehen ist. Er ist empört über die Schande, die über die Familie gekommen ist, und fordert Faust zu einem Duell heraus. Durch Mephistopheles Unterstützung tötet Faust Valentin, der Gretchen im Sterben verflucht und damit ihr endgültiges Schicksal besiegelt. Gretchen wird von Schuldgefühlen und Wahnsinn geplagt und schließlich in ihrer Zelle von Faust und Mephistopheles besucht. In der dramatischen Schlussszene von Faust I versucht Faust, Gretchen zur Flucht zu überreden, doch sie lehnt ab. Sie erkennt die Schwere ihrer Taten und stellt sich ihrer Strafe in der Hoffnung auf göttliche Gnade. Faust, der inzwischen von Reue und Verzweiflung überwältigt ist, wird von Mephistopheles fortgezogen, während Gretchen ihre Erlösung in der Vergebung durch Gott findet. Diese Schlussszene zeigt den inneren Konflikt Fausts zwischen seinen niederen Wünschen und dem Wissen um das Unrecht, das er angerichtet hat. Gretchens Reinheit und ihre Reue führen dazu, dass sie von göttlicher Seite her erlöst wird, während Faust, der Mephistopheles weiterhin folgt, seiner Seele immer weiter entfremdet wird. Die Handlung von Faust ein ist reich an symbolischen und philosophischen Ebenen. Die Figur des Faust repräsentiert den modernen Menschen, der beständig nach Wissen und Erfüllung sucht, dabei jedoch in die Gefahr gerät, sich selbst zu verlieren. Mephistopheles ist nicht nur der Verführer, sondern auch der Zyniker, der die menschlichen Schwächen und die Lehre des bloßen Wissens und Genusses aufdeckt. Gretchen, die unschuldige junge Frau, wird zum Opfer dieser Kräfte, wobei ihre Tragödie die Folgen von moralischer Verirrung und die Macht des Bösen verdeutlicht. Die moralischen und existenziellen Konflikte, die in der Handlung von Faust an Benzi aufgeworfen werden, machen das Werk zu einer unvergänglichen Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur und den Grundfragen des Lebens. Das Drama endet in einem Moment des Übergangs, sowohl für die Figuren als auch für den Leser. Fausts Weg ist noch nicht zu Ende und die Handlung lässt offen, wie sein endgültiges Schicksal aussehen wird. Die Erlösung Gretchens deutet darauf hin, dass trotz aller Sünde und Schuld die Möglichkeit der Vergebung und der göttlichen Gnade besteht. Faust I ist damit nicht nur eine tragische Geschichte, sondern auch eine tiefgründige Erkundung der menschlichen Seele, die in ihrer Suche nach Erfüllung zwischen himmlischen Hoffnungen und teuflischen Versuchungen schwankt. Goethes Faust Indi bleibt ein Werk, das durch seine Vielschichtigkeit, seine philosophischen Implikationen und seine dichterische Kraft die Leser immer wieder aufs Neue fasziniert und zur Reflexion über das eigene Leben anregt. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.